Die Weißwangengans brütete früher ausschließlich an der russischen Eismeerküste. Seit den 1970er Jahren hat sie auch den Ostseeraum besiedelt und zählt mittlerweile auch zu den Brutvögeln Mitteleuropas. Sie ist nach wie vor jedoch überwiegend ein Wintergast, der in kleineren Trupps oder in größeren Scharen oft in Gesellschaft weiterer Gänsearten beobachtet werden kann. Zu den Zugzeiten sammeln sich die stimmfreudigen und sehr geselligen Weißwangengänse nicht selten zu gewaltigen Schwärmen, die viele tausend Tiere umfassen können. Die riesigen Schwärme, die man bei uns vom Spätherbst an bis meist weit in den Winter hinein, vor allem an der Küste beobachten kann, sind äußerst eindrucksvoll und bieten dem Betrachter mit ihrer Masse und ihrem Geschrei ein grandioses Naturschauspiel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017